Um 15.20 Uhr gab es einen Alarm für die Feuerwehr Mannertshagen, Meldung Gebäudebrand, Limecker Straße, das ist hier diese Straße, dort brennt der Lebensmittelmarkt netto, beim Eintreffen der ersten Kräfte auf Anfahrt schon sichtbar eine deutliche Rauchwolke, die Alarmstufe wurde sofort erhöht von den ersten Kräften, von Feuer 1 auf Feuer 2 und von uns, von der Wehrleitung, danach Eintreffen auf Stadtalarm, also Feuer 4, so dass alle Kräfte der Feuerwehr Mannertshagen hier vor Ort sind, die zu dieser Uhrzeit verfügbar sind. Wir haben keinen Personenschaden zu vermelden, die Marktleiter und das Personal war so fix und hat alle Einkäufer und Personal rechtzeitig aus dem Gebäude geschaffen. Noch keine Erkenntnisse, es gibt Zeugenaussagen, aber dazu kann ich nicht sagen. Totalschaden, das Gebäude ist Totalschaden. Das Gebäude kollabiert durch diese Dachkonstruktion, das ist diese Nagelplattenbinderbauweise und da weiß jeder, der vom Fach ist Feuerwehr, was diese Bauweise bedeutet, wenn darunter ein Vollbrand sich entwickelt hat. Das ist begeben, das ist unmöglich und wir können jetzt nur noch von außen die Reste löschen. Die Reste löschen, die Reste löschen, die Reste löschen. Die Reste löschen, die Reste löschen. Die Reste löschen, die Reste löschen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020